Hallo, ich bin Sebastian Zumdick. Ich bin in der MLPD und wir unterstützen den Protest gegen die AfD, der am 8.8. in Hiltrup stattfinden wird, weil wir gegen Nationalismus, Faschismus und Rassismus sind. Und wir sind der Meinung, es gibt nur einen Gegner der einfachen Leute und auch nur einen Gegner der Arbeiter, das sind die Ausbeuter, also die Besitzer der 500 größten internationalen Konzerne. Und nur die müssen wir angreifen und nicht unsere ausländischen Kollegen oder Freunde oder Kommilitoren, denn nur gemeinsam mit denen können wir gegen diese Ausbeuter kämpfen. Es ist wichtig, dass sich sehr viele am 8.8. beteiligen und ich rufe euch dazu auf, nach euren Möglichkeiten diesen Protest mit zu unterstützen.